Deine Haare passen perfekt zu meiner Rauhfasertapete. Hallo liebe Leute, Tag auch. Hier ist heute mal Erna alleine. Und es geht um ein nicht so ganz einfaches Problem, nämlich dass selbst so alte Frauen wie ich es bin immer noch angemacht werden. Also hier sind die Top 7 der blödesten Anmacher alten Frauen gegenüber. Hey, ich hab Bock auf ein Milf-Shake. Ihr habt richtig gehört. Milf. Mother, I like to fuck. Ob sie in ihrem Leben zu wenig Milch von der Mama abgekriegt haben und ein Flaschenkind waren, das weiß der Geier. Warum Shake? Na ja gut, alles wird heutzutage geschüttelt. Top 6. Top 6 mit Sex. Witzig. Hey, Gilf, also Grandmother, I like to fuck. Magst du was trinken? Also abartig finde ich schon. Das gefällt mir nicht so. Deine Haare passen perfekt zu meiner Rauhfasertapete. Wenn die jungen Männer das nun also erotisch finden, Rauhfasertapete. Nun, dann müsste es so sein. Tat es weh, als du vom Himmel gefallen bist? Ich sehe doch nicht mehr aus wie ein Engel. Ich dachte auch eher an Frau Holle. Na, Alte? Sag mal, läuft's bei dir noch? Darauf könnte ich nur entgegnen. Geht. Ich mag Frauen wie Weine, du bist mein Lieblingsjahrgang. Na ja, da kann ich mich mit arrangieren. Oma, hat deine Zitrone noch Saft? Also für nicht alkoholischen Trink reicht's immer noch. Das war's für heute. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr auch solche Sprüche in eurem Gedächtnis habt oder ob ihr gedacht habt, völlig pervers. Also das wär's. Daumen hoch oder runter. Hier unten die Kommentare hin. Und abonnieren, wenn ihr wollt. Tschüss. Tschüss.